Faire Ausbildungsvergütung und verlässliche Freizeitplanung stehen auf unseren Fahrplan, damit dein Privatleben nicht aufs Abstellleist gerät. Auch wenn es mal nicht so rund läuft, sind wir auf deiner Seite und bringen dich wieder auf die Spur. Wir zeigen dir, wo es lang geht, damit du dein Ziel einer erfolgreichen Ausbildung erreichst. Nachwuchskräfte gehören für uns in die erste Klasse, weil wir als GDL mit dir die Zukunft gestalten. Mit der GDL bist du am Zug, denn wir setzen uns für die Stärkung und den Erhalt deiner Berufsausbildung ein. Wir bringen dich auf den Weg. Willkommen in einer starken Gemeinschaft. Die Nachwuchskräfte und die GDL bilden eine starke Verbindung, denn ohne diese Kombination bleiben wir recht auf der Strecke. Die GDL-Jugend setzt sich dafür ein, dass du abwechslungsreich das Maximale aus deiner Ausbildung herausholen kannst und sich die Ausbildung nicht nur auf deinen Geschäftsbereich konzentriert. Lokrangierführer sind Lokführer. Und das können wir mit Stolz sagen. Wir machen uns dafür stark, dass jeder auf die Strecke kommt. Auch als künftiger Mitarbeiter von DB Infrago bist du bei uns in guten Händen. GDL-Jugend gibt dir eine Stimme. Wir sind für alle Berufsgruppen da, die im, am und um den Zug am Start sind. Also melde auch du dich an unter www.gdl.de Ja, und wenn dir der Schuh drückt, sag Bescheid. Wir helfen dir. Bis zumal! BOOE BOOE Untertitelung des ZDF, 2020